servus glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren fußballtalk kein fc bayern talk auch wenn fc bayern hintergrund ist ich will einfach mal ein bisschen was allgemeines loswerden ich habe es ja schon in den einen oder anderen bayern talk rausklingen lassen aber ich möchte zu dem thema gehälter ein bisschen was sagen generell zu dem thema verdienst im sport und so weiter ich habe ja auch schon gesagt dass es für mich langsam aber sicher die stufe erreicht ist wo der fußball nur noch unglaubwürdig wird und was er schon lange ist aber da war man immer noch so ein bisschen romantiker aber aktuell wollte einfach auch mal ein bisschen mehr nach draußen dringt was früher bei unserem verein jetzt nicht so der fall war aber in den letzten ein zwei jahren ist das ja schon extrem aber da bekommt man wenigstens mal ein blick wie das geschäft so ist und in meinen augen steht der verdienst eines fußballspielers in ich schreibe mich jetzt hier noch mal auf fußball man kann formel 1 tennis und so weiter könnte man alles anführen golf und was weiß ich nicht noch alles steht im kein verhältnis oder eben gar kein verhältnis und da gilt es etwas zu ändern meiner meinung nach ja das große problem ist man kann ich sagen ja als fußballspieler darf man maximal was weiß ich fünf millionen im jahr verdienen ja das geht halt einfach nicht nach unseren tollen gesetzen auf unserer tollen welt wo wir leben gibt es halt einfach keine limits das sehr schade ja man könnte wie es in amerikanischen sportarten ist ein salary cap einführen das heißt dass man eine gehalts obergrenze für den club festlegt je nach bestimmten kriterium variiert die und da muss der club in diesem rahmen arbeiten würde ich besser finden wie gar nichts sage ich euch ganz ehrlich ja na klar gibt es dann feine die das wieder umgehen mit ach was weiß ich mit geschenken oder sonst was und so weiter da müssen wir gar nicht drum herum reden das ist völlig normal das ist aber auch beim finisher fairplay und so weiter schon alles passiert da wird es halt auch nie eine regelung geben die wo sich alle clubs dran halten und so weiter aber der großteil hält sich ja schon an irgendwelche sachen und ja ausnahmen wird es immer geben klar wirst du nie dann die die allergrößten stars in deinen reihen haben und so weiter das muss man dann aber im kauf nehmen aber wenn wir jetzt an einem punkt angekommen sind ob die zahlen jetzt stimmen sei mal dahingestellt aber dass ein mittel guter oder ein internationaler fußballspieler wie serj knabry zwischen 17 und angeblich sogar 19 millionen was ich denke das bisschen hochgegriffen ist ich denke es wird aber auch so um die 15 bis 17 millionen liegen so wie es wissen 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 sané und kuman auch auch ist ja dann falle ich von allem glauben ab leute da fall ich von allen glauben ab wenn ich so eine zahlen lese oder höre dann fällt mir aus der hose genau dasselbe wie beim käme ich dass er 20 millionen mehr verdient koretzka auch knapp darunter nach der verlängung müller 20 und angeblich hat er jetzt sogar noch mal eine mitte obendrauf gekriegt für für die nächsten zwei jahre und leute da fällt mir da fällt mir einfach nicht so ein da fällt mir so ein großes ei aus der hose wie ich nicht besitze wir sind im fußball an einem punkt angekommen wo es in keiner relation mehr steht fußball ist die schönste nebensache der welt zumindest für mich ja aber mittlerweile weiß ich nicht kann die leute nicht mehr ernst nehmen ich kann einfach keine menschen mehr ernst nehmen also wenn sich da ein fußballer hinstellt und da irgendwie anfängt von wertschätzung zu reden von vereinstreue von von sonst irgendwas dann weißt du alles was er sagt ist ein geheuchelter scheiß selbst bei einem müller ist es geheuchelter scheiß selbst ein müller stellt sich dahin und lässt sich feiern naja ist so vereinstreue blase hättest du den müller gesagt pass mal auf du bist jetzt ein alter sack du kannst hier ja noch zwei drei jahre bleiben weil du seit seit 20 jahren im verein bist du kriegst du 50 prozent weniger bezüge was hätten müller denn gemacht der müller hätte so gemacht und wenn nach menschen ist ja united gegangen oder woanders hin völlig wurscht so wie es in aller bauch getan hat da müssen wir uns alle nichts vormachen wir haben es damals erlebt unter niko kovac wo müller weg wollte weil er nicht gespielt hat ja finde ich traurig diese entwicklung finde ich schade ja ich kann keine ahnung ich verstehe das halt menschlich gesehen nicht ja na klar was weiß ich wenn du wenn du an stelle bist ja wird jetzt irgendwas positives argumentieren würde man es vielleicht auch so machen ja ich kann es mir nicht vorstellen gut vielleicht bin ich da auch erst mal ein anderer mensch was das thema geld anbelangt aber diese ganzen leute bekommen den hals einfach nicht voll heute bekommen den hals nicht voll dass ein fußballer ein bisschen mehr verdient wie so der der deutsche durchschnittsbürger nehmen wir mal den durchschnitt fangen wir anders an bleiben erstmal dabei ist ja okay ja gut man opfert seine jugend aber natürlich macht man das ja auch nur wenn fußball einen spaß macht wenn man dann das passende talent hat und wenn man dann das glück hat sich durchzusetzen in der richtigen zeit am richtigen ort zu sein und man wird irgendwann profi fußballer alles gut dass man da auf eine menge verzichtet dass man auch nur von keine ahnung sagen wir mal von 20 bis 30 in der regel ist es wird man ein bisschen früher entdeckt in der regel spielt man auch bis 34 je nachdem wie fit man ist aber reden wir einfach mal von zehn guten jahren wo man geld verdient dass man dann in den zehn jahren wenn wir jetzt mal ja wenn man in den zehn jahren das verdient plus summe x was ein durchschnittsbürger in 50 jahren arbeit verdient dann sollte das doch vollkommen ausreichen ja aber wenn man dann keine ahnung nehmen wir mal ich weiß jetzt nicht wie es in freiburg oder sonst so aussieht aber nehmen wir mal bei uns jetzt sagen wir mal internationaler guter spieler ist kein welts da oder sowas so auf die zehn jahre gesehen wenn er eine ganz gute entwicklung macht nehmen wir mal irgendwie sagen wir vielleicht mal die ersten ein zwei jahre wie es vielleicht so bei vier millionen liegen da muss irgendwann sprung ja dann bis er vielleicht bei acht millionen zwei jahre lang mittlerweile heute ist es ja sowieso alles soweit das guckt euch an wir reden bei bei knabry von 17 millionen wir reden beim beim müller von kimmich bei 20 millionen also keine ahnung schwer zu sagen gehen wir mal vom vom einfach so ein durchschnittstypen aus sagen wir mal er kommt auf jeden fall nicht über acht millionen in seiner karriere ja sagen wir mal verdient drei jahre acht millionen haben wir schon mal 24 und dann verdient er irgendwie noch vier jahre fünf millionen sind noch mal 20 dann sind wir bei 44 millionen und dann nehmen wir die ersten zwei drei jahre hat er nicht nichts oder kaum was verdient sagen wir mal dafür hat er 45 millionen in seiner zehn jahre als international guter fußballer verdient oder nehmen wir einfach mal ein ein noch schlechteren fußballer sagen wir einfach mal keine ahnung wissen guter fußballer in freiburg oder so was verdienst im schnitt zwei millionen dann hast du 20 millionen in zehn profi jahren verdient jetzt einfach mal irgendwie so ein schnitt was er dann ja was in der bundesliga gang und gäbe sein wird ich denke nicht dass da groß spieler rumlaufen die super viel weniger in ihrer karriere verdienen da sehen wir schon diese 20 millionen verdienen andere fußballer in ein jahr wenn man jetzt auf dem fc bayern guckt das sei nun mal dahingestellt aber selbst diese 20 millionen wenn wir diese 20 millionen mal nehmen würden 20 millionen nehmen wir mal 50 jahre arbeiten tippt das auch ein damit ich da nichts verkehrt machen oder vielleicht sind sogar 55 kommen immer mal von 55 aus rechnen wir mal hier alles im höchsten falle hätten wir 660 monate teilen wir jetzt 20 millionen geteilt durch 660 wenn das 30.000 pro monat ich würde jetzt behaupten 30.000 ist noch nichtmals der durchschnittsverdienst eines deutschen normalen arbeiters im jahr und das verdienst du als profi fußballer wenn du eine wurst ist in deinen zehn jahren dass du 30.000 pro monat bekommst was andere im jahr bekommen kann man auch googeln wenn wir nehmen den deutschen durchschnittsverdienst ist bei 4100 euro brutto allerdings ist dabei zu sagen dass zwei von drei vorzeit beschäftigen 63 prozent weniger verdient als den gesamtwirtschaften durchschnitt nur ein gutes drittel hat höhere brutto verdienste dieses drittel hat aber so hohe verdienste dass der durchschnitt hochgezogen wird also nehmen wir jetzt von 4100 sagen wir einfach auch 50 prozent dann bist du bei 2000 brutto im monat ja das wären 24.000 im jahr also bin ich da mit den 30.000 die wir da mal aufgeschlagen haben stehen wir da schon gut das heißt also ein profi fußballer der einfach eine durchschnittliche wurst ist verdient in den zehn jahren so viel mehr um mehr als gut leben zu können also denke mit 30.000 euro im monat kann man sein leben gut bestreiten da kann man schon einen hohen stand haben und dabei reden wir jetzt nur von gehalt ja klar wenn du jetzt ein durchschnittlicher wurstfußballer bist bist du jetzt vielleicht nicht die mega werbeverträge oder sonst was haben aber natürlich wenn du ein bisschen dich social media mäßig nicht dumm anstellst heutzutage solltest du auch da ein bisschen werbung einnahmen generieren und so weiter und ja wenn man jetzt überlegt dass diese summe diese 30.000 pro monat bei uns fußballer in einem jahr verdienen in einem verfickten jahr rechnet das jetzt mal beim kimmich beim levy beim müller die das schon seit fünf sechs jahren verdienen hoch da wird der schwindelig ja das steht einfach in keinem verhältnis und dann darf man auch immer nicht noch nicht vergessen da kommt dann noch werbeeinnahmen zu das müsst ihr euch mal vorstellen ja und diese spieler kriegen die schnauze nicht voll alter das ist eine absolute frechheit und wenn man sich das mal so vor augen führt dass man ein bisschen realisiert ja dann wird der fußball oder diese leute die da stehen und irgendwelche aussagen treffen einfach nur noch lächerlich da wird auch ein wiki corona wo ein fußballspieler mal eine million da rein knallt lächerlich wirklich lächerlich wenn alle bundesliga profi fußballer nur ein prozent ihres gehaltes irgendwie alle zusammen spenden würden ja da möchte ich nicht wissen welche summe da rauskommt und mal ganz ehrlich wer wer will mir erzählen dass er mit 30.000 im monat im monat wird klar wir reden von brutto sagen wir 15.000 netto nicht gut leben kann heute was ist los alter also ich denke heutzutage gut jetzt aktuell vielleicht sagen wir mal ein bisschen mehr sagen wir mal 35 netto ich denke dann kannst du schon sehr sehr gut leben in deutschland ich habe diese 35 netto nicht bei weitem nicht aber ich denke wenn man diese hat kann man sehr gut leben samt urlaub samt auto und so weiter das denke ich schon und wenn man dann von 15.000 redet ja i don't know also wie gesagt wenn man sich die zahl mal ein bisschen vor auge vor augen führt ja macht einen eigentlich nur sprachlos und traurig und wie gesagt da muss ich auch keiner hinstellen was von vereinstreue oder blase wird sich fühle mich sowohl beim fc bayern wenn ich das jetzt auf unserem verein nehme mir erzählen wenn er um jede millionen geschachert wird alle wie es beim alaba halt der fall war das wald so das sahnehäubchen was mir die lust einfach schon an fußball genommen hat und dass man jetzt müller da so inszeniert dass er ja verlängert hat und dass er der held ist und ja hätte müller gesagt wisst ihr was ich werde langsam alt ich habe nicht mehr die leistung er hat die leistung aktuell noch ja keine keine frage aber hätte gesagt wisst ihr was wir haben gerade corona ich verstehe das alles das ist mein mein wunschverein ich bin seit ewigkeiten hier ich gebe mir 20 prozent weniger gibt mir zu ein oder zwei jahre vertrag und dann ist doch gut aber ich glaubte ja wohl nicht im ernst dass das so abgelaufen ist also und dann den müller da da hinsetzen und ihn da in szene setzen als wäre er der 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 held des vereins fühle ich fühle ich persönlich nicht mal wie gesagt er wird mindestens dasselbe verdienen wenn nicht sogar ein kleines bisschen mehr ja und da ist für mich ist aktuell so ein punkt erreicht wo es einfach unglaubwürdig ist wo es mir auch ja mehr und mehr den spaß nimmt am fußball ja also weiß ich nicht aktuell ja aktuell bin ich nicht wirklich motiviert ja weiß ich nicht weiß ich weiß nicht genau wie ich das beschreiben soll mir geht aktuell so der spaß am fußball echt flöten sag ich euch wie es ist wenn man sich da ein bisschen mal gedanken macht und dass man in relation setzt dann ist das einfach ich meine wie ihr wisst selber was die uhr geschlagen hat was wir aktuell für sorgen und probleme haben in unserem leben und steigende lebensmittelpreise energiekosten und so weiter da muss jeder der irgendwie so ein bisschen was verdient muss da schon rum knausparen und die leute stellen sich dahin und versuchen jeden cent aus den verein zu quetschen und das dann immer unter einem deckmantel der wertschätzung oder sonstigen scheiß hat er da geht mir halt einfach die hutschen hoch ja da geht da falle ich vom glauben ab und wie gesagt wenn ich dann ein sehr knapp riese der die wieder diese wertschätzungskarte ausspielt obwohl er ein angebot da liegen hat was was sehr wahrscheinlich um die 17 millionen dreht wie diese anderen beiden dann fällt mir nichts mehr zu ein oder also da muss dringend was passieren es hätte schon vor vor zehn jahren wahrscheinlich was passieren müssen dann hat man jetzt gedacht so vor zwei jahren kam corona und ja jetzt werden die alle mal geerdet jetzt kommen die alle auf den boden der tatsachen zurück und sehen das mal ein bisschen selber ein nichts gar nichts es wird trotzdem nur schlimmer die leute wollen immer einfach mehr geld verdienen punkt ja die verdienen mit 24 23 schon 10 12 millionen und haben noch sieben acht jahre vor sich das würde bedeuten 70 millionen das reicht nicht es reicht einfach nicht dann hat man keine wertschätzung einmal möchte gerne dann 20 millionen haben und wie gesagt rechnet das mal um ja können ja auch noch mal eine zahl in den raum werfen wahrscheinlich auch vom glauben abfallen gehe jetzt gar nicht mal vom vom durchschnittsverdienst aus wie gehen wir davon aus man verdient sehr gut oder ansprechend sagen wir mal man hat 3000 netto im monat ich denke damit wird man ganz gut runden kommen nehme das mal auf 55 jahre wenn das knapp zwei millionen 1 1 1 million 980 tausend also sagen wir mal zwei millionen wo ein mensch 55 jahre für arbeiten geht und ganz gut über die runden kommt gut aktuell müsste nur vielleicht mit 35 rechnen aber ich sag mal so mit drei netto kommst du schon einigermaßen klar das sind zwei millionen in 55 jahren und dann stellen sich da fußballspieler hin ich schon zehn millionen im jahr verdienen und möchten 20 verdienen ja wie ich gesagt habe selbst wenn man das alles blasöte man sagt man die am 10.000 im monat ja gut diese zwei millionen waren jetzt netto wenn dann vier brutto ja in 55 jahren aber i don't know also ich verstehe es nicht mehr ich verstehe es einfach absolut nicht mehr und gerade wenn man dann so ein levy nehmen zum müller so knapp riesen sané selbst so kimmich was meint er was die noch an werbeeinnahmen ja klar jetzt kein messi ronaldo mäßig aber selbst levy hat doch hier wegen ukraine krise ja ich kündige den vertrag dass er vier millionen vier millionen das ist das jene vier millionen im jahr wegfallen aber bei uns muss er sich hinsetzen und sagen ja ich möchte ich verdiene hier aber nur 21 millionen ich brauche jetzt aber 25 millionen weil ich so ein guter fußballspieler bin alter könnte ich amok laufen sag ich euch wie es ist könnte ich amok laufen mit so typ vor mir stehen will ich den rechts und links in die fresse schlagen ganz ehrlich alter da fällt mir nichts mehr zu ein zu diesem ganzen verhalten und bei uns sind das halt summen da drehst du dich im kreis ja aber das ist ja selbst bei anderen verein nicht anders es ist in dortmund nicht anders gut da sind da drehen wir dann wahrscheinlich über zehn oder zwölf millionen maximal gehalt anstatt wie bei uns 20 plus für eine handvoll spieler ja ist ja nicht so dass das jeder bei uns verdient aber ich sag ja selbst wenn du vier fünf millionen verdienst habe ich gerade gesagt vier millionen brutto 55 jahre arbeiten als normalsterbliche und das hat noch nicht mehr als normalsterblicher in deutschland welcher normalsterbliche hat 3 3000 euro netto im monat keine ahnung wenn du verheiratet zwei kinder hast hast die dementsprechende steuerklasse kommst du da vielleicht hin als durchschnittserdiener aber ansonsten wird schon schwierig war da gehörst du dann halt schon zu der etwas besseren mittelschicht mit drei nettung von daher ja stets in gar kein verhältnis mehr in gar kein verhältnis mehr und da muss da muss irgendwas passieren sonst gut also wie gesagt bei mir ist schon der status der glaubwürdigkeit der ist schon ist schon weg ja sage ich euch ganz ehrlich ich kann das nicht mehr ernst nehmen was da in unserem verein passiert als technisch ich fand damals gut mit mal aber ja klar ist ein riesen verlust hat man die saison gesehen aber da muss man einfach mal ein zeichen setzen aber das zeichen haben wir jetzt nur beim alaba gesetzt und ansonsten setzen wir das zeichen gar nicht allen anderen ja schieben wieder dingen wieder in den arsch verstehe es halt nicht also für mich ist das nicht mehr nicht mehr keine ahnung bei dem einzigen wo man zeit irgendwo versteht ist wenn man hörte so newandowski verdient 20 millionen ja bei den aktuellen leistungen die letzten drei jahre hatte wenn man das jetzt in der relation zu den anderen spielern sieht ja wir müssen jetzt nicht wieder über das geld an sich reden das ist absurd hoch absurd hoch steht in keinerlei verhältnis zu irgendwas als ob diese leute sterben würden wenn sie nur 45 millionen im jahr verdienen würden würden sie natürlich hätten sie natürlich keinerlei wertschätzung aber gut aber das ist so das einzige wo man das verstehen kann aber wenn dann so durchschnittsspieler in diese preisregion aufsteigen da fällt mir nichts zu ein ich euch ganz ehrlich also ein kimmich hat dieses gehalt auch nicht gerechtfertigt dieses jahr so ganz klar sagen von koretzka will ich gar nicht erst anfangen ja der wahrscheinlich auch ähnlich verdienen wird vielleicht nicht ganz 20 aber wahrscheinlich auch so 15 17 mit sicherheit koman ja da siehst du wenigstens dass er sich den arsch aufreist ja beim kimmich diese das auch noch aber nicht dann so lustloser sehne der das selbe geld verdient sondern lustlosen knabberi und so weiter und so fort dann ja wie gesagt fehlt mir einfach die glaubwürdigkeit im fußball mittlerweile zumindest bei uns im verein es kann sein dass in anderen vereinen noch anders ist die hat nicht so viel zahlen können aber die entwicklung macht mich traurig ja ich glaube dass das 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 fasst es am besten zusammen und wie gesagt wenn sich da in den nächsten zwei drei jahren nichts ändert wenn da nicht irgendwie so ein cap reinkommt in wie man das auch immer umsetzen könnte aber wenn diese entwicklung weitergeht i don't know ich glaub doch nicht dass ein kimmich sich bei der nächsten verhandlung da hinstellt und sagt ja alles gut ich nehme jetzt weniger wie 20 millionen nee dann will er wahrscheinlich 24 25 haben koman dasselbe der jetzt bei irgendwie wahrscheinlich 17 oder sowas ist da ist halt kein limit da ist kein limit ja das macht mich macht mich traurig traurig passt passt am besten einfach und wir reden ja nicht nur vom fußball war neben tennis neben dem baseball basketball alles was halt irgendwie groß aufmerksamkeit generiert hat sich in in sphären entwickelt die die einfach nicht mehr nicht mehr passen klar kann man dann immer so dass das gegen argument bringen ja aber die vereine nehmen auch genug geld ein ja klar nehmen die vereine geld ein ob es dann genug ist ich denke bei uns ist schon jetzt so eine so eine grenze mittlerweile erreicht so gehaltstechnisch wenn man sich andere vereine anguckt wie basa real die jedes jahr minus fahren bis der arzt kommt wenn man sich mal schalke anguckt die die letzten jahre eng nur minus gefahren haben mit ihren gehaltskosten ist das auch nicht immer der fall und gerade große vereine wie in fc bayern oder auch in barcelona oder sowas haben ja auch nicht nur eine fußballabteilung die meistens ausgegliedert ist ja was alleinstellungsmeinkmal ist und die einnahmen und ausgaben nur da drin bestehen und so weiter und so fort aber man könnte dann ja auch einfach mal die andere sportarten bisschen unterstützen in dem eigenen verein war und so weiter und sofort schwierig ja ich weiß alles schwierig dieses thema ich kann da auch nur für mich sprechen für mich ja keine ahnung also die leistung durch diese saison gesehen habe stehen hat für mich in keinem verhältnis mehr und wenn ich dann jede bei jedem zweiten spiel da wo es um vertragsverhandlungen geht irgendwas von wertschätzung lese dann kriege ich nur noch das kotzen leute dann kriege ich nur noch das kotzen ich kriege auch das kotzen dass sich ein neuer da hinstellt ach ja ich fühle mich super wohl ich kann mir super vorstellen hier meine karriere zu beenden und da geht halt auch nichts voran ja woran wird es wohl liegen dass daran nichts vorangeht dreimal dürfte dürfte raten woran das denn liegt dass ein neuer noch nicht verlängert hat wahrscheinlich daran dass er weniger geld verdienen soll körper ja sowas macht mich traurig einfach es ist keinerlei wertschätzung von spielern gegenüber dem verein mehr vorhanden keinerlei wirklich keinerlei wie gesagt als so ein spieler der so lange in dem verein ist und schon so 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 viel geld verdient hat neben neuer der wird auch 20 millionen verdient und das schon seit einigen jahren würde ihm ein zacken aus der krone brechen wenn er sagen würde ja wir müssen ja jetzt um die hälfte sagen wir da 20 prozent ja ich bin jetzt ein bisschen älter wir gucken von jahr zu jahr und ich gebe mich mit 20 25 prozent weniger fürs kommende jahr zufrieden und so weiter und so fort das sind spieler die könnten halt sagen genau wie so messi war die könnten sagen wissen was ich spiele für ein euro also die haben in ihrer karriere schon so viel geld verdient was sie nie wieder ausgeben können ich verstehe das alles nicht ich sage ja man darf über diese macht nicht den fehler wie ich man darf echt nicht über diese zahlen nachdenken die da im raum stehen also das ist krank das ist einfach nur krank ich sage ja 20 millionen für ein jahr das heißt zehn netto rechnet mal zehn netto hoch wir waren gerade bald bei drei netto waren zwei millionen auf 55 jahre also nehmen wir das mal fünf wenn 15.000 netto jeden monat verdient so neuer so müller in einem jahr in einem jahr da könntet ihr 15.000 netto bis euer lebensende jeden monat ein jahr in einem verkackten jahr und das reicht denen nicht wir reden nicht von einer ganzen karriere wir reden von ein jahr von gerade beim neuer und müller die die jetzt schon verträge bis 34 35 haben die haben nicht nur zehn jahre in ihrer karriere gehabt i don't know man darf da nicht drüber nachdenken leute man darf da nicht drüber nachdenken man man wird wahnsinnig mit welchem recht verdienen diese menschen so viel geld mit welchem recht sie gegen einen verfickten ball treten oder dass sie die bälle halten also steht in keinem verhältnis mehr wir müssen ja noch nichtmals von von den durchschnittsverdienungen ausgehen nehmen wir doch mal wichtige berufe nehmen wir polizei feuerwehr krankenpfleger ärzte das steht in keinem verhältnis ja was macht ein fußballer was trägt dabei ja er unterhält uns alles gut das ist alles mehr nicht er hat keinerlei verantwortung für leben für sonst was wie es ein arzt hat wie es wie es pflege haben keinerlei und verdient so dermaßen viel geld das ist eigentlich ist es eine frechheit wirklich eigentlich ist es eine frechheit eine absolute frechheit ja 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 darf man nicht drüber nachdenken ich sag's euch ihr bekommt ein hass auf den auf den ganzen scheiß mich ja schon sagt da wenn das alles irgendwo in einem gewissen rahmen wäre ja könnte man das alles noch nachvollziehen aber es ist mittlerweile in keinem rahmen mehr in wirklich gar kein rahmen das ist auch kein ende in sicht es ist einfach kein ende in sicht weil irgendwelche staaten irgendwelche dubiosen machenschaften irgendwelche vereine aufkaufen da geld reinpumpen bis der arzt kommt und wir reden hier vom vom fc bayern der noch würde behaupten einigermaßen seriös arbeitet aber und da vielleicht auch mal noch mal eine thema anzusprechen ja warum muss denn ein fc bayern ein nach jedes jahr nach katar fliegen und da den scheiß die esche lecken damit da geld reinkommt ja dreimal dürft ihr euch fragen warum man muss natürlich diese spieler die man hat auch finanzieren können man redet da immer von moral und bla und silz aber am ende gibt es das nicht mehr am ende geht es nur noch ums geld man muss das geld hat reinholen was man für die spieler ausgibt und ja die spieler könnten sich ja als mannschaft auch mal geschlossener hinstellen und sagen alles klar wir verzichten auf zwei drei vier prozent unseren jährlichen gehalt und dann brauchen wir keinen brauchen wir nicht mehr so eine sponsern verträge annehmen ja wer hätte denn das rückgrat dies zu machen keiner kein mensch auf dieser welt tut sowas und das macht mich sehr sehr traurig ja beende das jetzt hier sich wiederholen mich sonst nur keine ahnung ich wollte euch einfach mal meine gedanken mitteilen für mich war fußball immer so ein so ein so ein so ein so ein oberding was mich so vom alltag abgelenkt hat wo ich ein bisschen ruhig oft gerne im stadion war man war alt gehypt man konnte sich auspowern man hat höhen und tiefen gut als bayern fänders jetzt etwas weniger tiefen gehabt die letzten jahre aber man kann das alles einfach nicht mehr ernst nehmen es geht nicht mehr also keinerlei aussage die ich da von irgendein höre kann man mir ernst nehmen und das ist so 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 das traurige ja also die spieler die wissen gar nicht die leben ich weiß nicht in welcher blase die leben aber die realisieren gar nicht mehr wer das publikum ist für wen sie das tun was sie tun das realisieren sie gar nicht mehr und das selbst nach ein jahr ohne zuschauerspielen realisieren sie das nicht sie stellen sich trotzdem dahin und mit ihrem verhalten ihren dummen äußerungen von wegen wertschätzung und so weiter schlagen sie jedem fan der im stadion ist mit der faust ins gesicht wie soll man das nachvollziehen können wie wie soll das jemand nachvollziehen können der sein ein bisschen geld was er über hat da für eine karte ausgibt auf eine dauerkarte da jedes mal hingeht der irgendwie zu jedem auswärtsspiel mit reist wie wie kann man sich dann da auf den platz stellen und nur auch nur wirklich eine sekunde in den 90 minuten eine null bock einstellung liefern oder als komplette mannschaft eine leck mich am arsch einstellung liefern wie es in mainz war wie kann man das tun mit welchem recht man hat kein recht wenn man so viel geld verdient ja als konsequenz hätte man sagen können zu dieser leistung in mainz ja aus konsequenz wir verzichten auf unser monatsgehalt das wäre meine ansage gewesen dann hätte man glaubwürdigkeit erlangt so ist das einfach nur eine frechheit und ja ich weiß es nicht ich weiß nicht wie lange ich mir das noch antun werde sage ich euch ganz ehrlich ich bin sonst auch immer einer der gerne mal irgendwie was im fanshop gekauft hat oder so auch gerade während corona habe ich da auch ein bisschen was da habe ich war so der gedanke war ja man unterstützt den verein ja auch ein bisschen klar tropfen auf dem heißen stein und sowas wenn man dann aber sieht dass es die spieler einfach null interessiert und die trotzdem jeden cent rausquetschen wollen obwohl sie geld verdienen was sind kein verhältnis steht ja ganz ehrlich dann kriegt man auch mittlerweile so die einschönung fickt euch alle sieht auch keinen cent mehr von mir weil machen wir uns nichts vor die preise die da aufgerufen werden ja da fälste fälste halt auch vom stuhl ab alter ich meine wir brauchen wir brauchen jetzt nicht reingucken aber wenn da mal nehmen einfach das trikot das mit flock und sonst bist du über 120 euro oder sowas kostet in der produktion wahrscheinlich zehn wenn überhaupt das ist halt steht halt auch alles in kein verhältnis wie schon sagte klar muss man wo nimmt man das geld her wo nimmt man denn das geld her was man wieder ausgibt ja das nimmt man von den armen schweinen die keinerlei geld verdienen alter die hat normalverdiener sind und die armen schweine hau noch ihr geld in in merchandising rose und den eintrittskarten und so weiter und so fort und das das ist das große ding was mich traurig macht naja gut leute das soll es gewesen sein ich schwall euch schon 35 minuten zu ihr könnt mir gerne eure mal dazu in die kommentare schreiben ich weiß nicht ob es nur mir so geht aber ja das mindeste was ich erwarte was es nicht besser machen würde ja aber dass ich da jedes spiel 90 minuten 110 prozent einsatz sehe die jungs haben im schnitt vier spiele in der woche da irgendwann in ein zwei monaten wurde der höhepunkt der saison ist haben sie alle drei tage ins spiel alles gut dann reden wir halt mal sagen sagen wir einfach mal acht spiele im monat 90 minuten wenn ich das als arbeitszeit sehe muss das brennen das muss brennen da muss normalerweise 150 prozent einsatz in jedem spiel hat da du musst laufen bis du tot umfällst bei dem verdienst der dahinter steht ja aber diese einstellung hat heutzutage keiner mehr guck mal ich fange wieder an ich könnte endlos weiter reden so feierabend mal ein bisschen anderes video wie gesagt mir persönlich weiß ich nicht bei mir bei mir ist der stellenwert vom fußball mittlerweile schon so auf mittel wenn das so weitergeht wird der weiter sinken ja und irgendwann weiß ich nicht ob man ja ob man es dann ganz sein lässt sich damit zu beschäftigen oder sowas es macht mich traurig das ist das perfekte schlusswort sollte nichtsdestotrotz rot weiße grüße gehen raus ja es macht mich traurig die entwicklung